Ich zeige euch in diesem Video alle Boxen, die es jemals in Brawl Stars gab. Kommen wir zur neuesten Box, der Omega Box. Die wird im Dezember rauskommen und man weiß noch nicht den Preis. Dann natürlich die Mega Box für 80 Gems, die Big Box für 30 Gems und die Brawl Box. Dann haben wir die Beta Brawl Box für 10 Gems einfach mal. Alter, sahen die lustig aus. Dann die Beta Big Box für 80 Gems, da hat man immer 10 verbleibende rausgezogen. Dann die Rare Brawler Box für 30 Gems mit einem garantierten seltenen Brawler. Die Super Rare Brawler Box für 80 Gems mit einem garantierten super seltenen Brawler. Die Epic Brawler Box für 170 Gems mit einem garantierten epischen Brawler. Und die teuerste Box aller Zeiten, die Mythic Brawler Box für 350 Gems mit einem garantierten mythischen Brawler.